Heute zeige ich der Damenwelt mal was. Eine Rollermotoradhose in Jeans. Also ist natürlich verstärktes Material, hat dreifach verstärkte Sicherheitsnähte. Knieprotektoren sind mit drin. Es sind Taschen drin, dass man die Hüftprotektoren nachrüsten kann. Das seht ihr dann hier. Da sind so kleine Taschen dabei. Die Hüftprotektoren, die sind optional bei uns natürlich auch käuflich erhältlich. Die haben wir in diesem schönen hellblau, die ist auch von Revit, exklusiv für die Damenwelt. Kommt es vorbei, probiert sie an. Ansonsten findet ihr wie immer den Link unten in der Infobox, dass ihr gleich auf den Online-Shop kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.